ja hallo und willkommen zu einem zweiten League of Legends Let's Battle wieder mit einem ja wer mein erstes Let's Battle gesehen hat kennt den Typen hier noch QQ Soul letztes Mal AP Mordekaiser jetzt gucken wir auf mit einem unglaublich geilen Skin ja ja ich werde wieder Niederlich spielen noch im Team Amazona Yorick und Olaf als Feind Nocturne Nocturne, Annie, Leona, Ezreal und Rumble ja Olaf geht Jungeln und Nocturne geht Jungeln ja ok warten wir bis es zu Ende geladen hat ja diesmal habe ich mal erschöpfen als als zweiten Beschwerer mitgenommen weil ich mir im letzten Video was ich mir angeschaut habe von mir gesehen habe dass ich Teleportation selten oder gar nicht benutzt habe ja und ein Beschwerer Skill den ich gar nicht benutze brauche ich ja nicht mitnehmen ja ja und dann schauen wir mal ob man genauso wie recht gewinnen wie im letzten Spiel ja kommt mir das nur sofort oder ist irgendwie die Auflösung Schrott und die Grafik alles Schrott ich weiß nicht ja ja ich mag den Skin schön fiedig ich hab eigentlich nicht schon wieder Lust in die Mitte zu gehen ach leck mich doch alter echt du kannst dich nicht einsperren beschwörer dieser Q-Q-Soul ist auch ein Deutscher ja und er hat sich ebenfalls das Video angesehen von unserem epischen Fight ich werde dich führen ich werde dich führen 30 Sekunden bis zum erscheinen der Versammlung auf zur Pirsch ich weiß nicht ob das so funktioniert nein funktioniert natürlich nicht aber Instinkte leiten meine Schritte so ich spiele in der Mitte entweder gegen Annie oder Ezreal aber ich tippe auf Ezreal der ziemlich nervig werden kann ja natürlich kann ich ja natürlich kann ich du kannst mich nicht einsperren Beschwörer yeah Annie super ähm ja ich hab's doch gewusst irgendwie ist die Grafik hier anders viel zu groß und so auf zur Pirsch ich hab irgendwie die Auflösung geändert ok das wird dann also ein Fight im großem ja im großen Stil alles riesige HP leisten riesige Monster und ne riesen Annie die kann gar nie Armada verbrauchen naja ok macht's ja nicht wenn sie einen Mob killt damit boah ist das kacke mit der Auflösung ich seh ja mal gar nix hier die HP leisten sind so riesig die kriegt immer wieder Mana wieder das ist das zum Kotzen das war ein Fail lasted ja jetzt kann sie aber nicht mehr zaubern bis sie den Stun los hat und den wird sie wahrscheinlich auf mich machen ich weiß nicht, der hat jetzt Blitz dabei ja der hat Blitz und entzünden oh das ist gefährlich das ist gefährlich das ist gefährlich ich trau mich irgendwie nicht an Tower ran soweit ich einmal tot bin oder in der Base bin schaue ich mal wegen der Auflösung die ist echt kacke mit ihrem ihrem Feuerball das kann später echt kacke werden echt ziemlich stark boah habt ihr grad diesen Leck gehört diesen Ruckla ich hab echt dank, dass ich hier einen Blu-Screen kriege wär absolut kacke geh bitte weg na super na ja wie gesagt riesen riesen HP leisten da verpeile ich das ein bisschen oh der hat yeah nicht so toll gewesen das ist meiner wenn ich den Puma habe gehe ich mal ein bisschen im Jungle schauen wegen Nocturne die ist schon sechs und ich noch nicht wie geht das denn ich kann den hässlichen Bären jetzt machen tibbers geht doch ja und jetzt sollte ich langsam mal meinen Sperr machen ich werde dich fühlen oh oh er ist ja Nocturne irgendwo oder sie möchte mich ja es geht nur du kannst mich nicht einsperren du kannst mich nicht einsperren Beschwörer nein guck mal er wird mich dafür auslachen für diesen Fail das das kotzt mich jetzt echt selber an der Verbündeter wurde getötet ne ok ne das war echt any push und so schön wieder ich brauch den ja schön 124 AP schon ey und ich lege irgendwie ziemlich ja alter wie schnell kriegt die einen Stun wieder naja Outlet macht nicht allzu viel Damage war 146 ms alter was geht ab du kannst mich nicht einsperren Beschwörer der Ping liegt normal bei 30 ja das sind diese unglaublichen Delays ey das ist krass wie soll ich denn bitte so spielen schon wieder schon wieder und das nennst du zivilisiert ich soll auch ein bisschen mit der Helfen kommen hier die Typen nö die macht ordentlich Damage die macht ordentlich Damage ey lass mich dir den Weg zeigen ich will sie nicht direkt anpingen jetzt habe ich meinen Blitz tatsächlich schon verbraucht jetzt habe ich meinen Blitz tatsächlich schon verbraucht aber ich will das ich will wir die die das die das das was Weil der überhaupt kein Damage macht. Alter, ist der Typ dumm. Ne, so viel Dummheit habe ich noch nie gesehen. Ja. Okay. Hilfe. Voll in die Fresse. Oh, da ist einer. Das wird natürlich fail. Der hätte echt Morde-Kaiser nehmen sollen. Ich glaube, der kann damit besser spielen. Oh Gott. Okay. 0-2. Das ist echt... Scheiße. Ja, Grafik 1280 x 720 also. Viel kleiner als gestern. Ich stelle es im nächsten Spiel wieder um. Ja, okay. 5 Kills habe ich dann nicht gegeben. Ah, ich lasse hier nämlich das Gold mal. Ach, stirb, du Miststück. Naja. Wenigstens mal etwas. Ich würde jetzt gerne einen guten Job schreiben, aber keine Zeit und so. Guck mal auf. Das ist so toll. Lol. Nein, wieso ist der Tod? Oh, oh. Annie, Annie, Annie. Schöne wieder auf mich. Ich komme nicht auf Alt, ey. Das gibt es gar nicht. Mir wurde zwar gesagt, äh, Alt und Ehe ist Self-Skill, äh, Self-Heal. Aber jetzt war überhaupt kein... Jetzt bin ich nicht überhaupt alt drauf gekommen. Tja. Schuhe, ey. Leck mich doch am Arsch. Kack, Annie. Kack, Annie. Kein Gold hier. Oz-Heal. Sext zwei. Okay. Oh oh. Da mal so'n nerviges Etwas. Oh, super. Sie läuft ja in echt jede Falle rein. Oh oh. Das ist echt krass. So viel, alle so viel angeschlagen. Ja. Jetzt bin ich noch das Mobbing-Opfer hier oder wie. LOL. Er hat mich in den Kragen. Oh. Nice. Dankeschön. Und jetzt bin ich tot. Alles klar. Okay. Ich kenn den Skirr von dem Typen nicht. Ah. 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 Ja. 0 30. Null? Ey, greif mich nicht an. Ah, okay, wir dürfen nur Olaf nicht die Schuld geben. Wir sind alle ein bisschen schuld. Bisschen Goldfarben hier. Oh, Nocturne. Oh ne! Null, das ist gut. Oh ne! Null! Oh ne! Null! Oh ne! Annie ist so overfeated Naja 7-3 trotzdem Leona ist overfeated 5-0 Ich werde den Stun ready Das wird so fair jetzt Das hätten wir nicht machen tun Machen sollen No, tun uns ulti gleich Oh Habt ihr jetzt getötet? Nein Der ist noch nicht tot Bitte killt ihn Oh, Olaf Olaf Bitte nicht auf mich Okay, Angst Wen hat er gekillt? Ich bin nicht Ich bin nicht Fatsache Das ist Ist nicht Was ich mache, versuche nicht zu sterben. Der hat doch keine Rabadons. Oh nein, das hätte ich nicht tun sollen. Sag mal, was macht denn der, Alter? Jetzt war er übelkrank, der Typ. Ja, schön gemacht. Ja, aber leider ist der Schwachpunkt von, guck mal auf, dass er ziemlich leicht down geht. Aber ansonsten hat er guten Angriff. Ja, Mann, ich komm doch schon. Was macht der denn hier? Okay, das war ein Felschbär. Oha. Es ist schwer nicht zu kämpfen, wenn ihr uns gleich am Tower killen. Oh mein Gott. Oh, fail. Lol, was haben die denn jetzt gemacht? Ich seh den nicht mal. Ich hasse Nocturne echt. Wie sehr die Leute aufpassen. Okay. Es sind ja nur noch wir beide. Wie das rumleckt, ey. Super, keine Angst zeigen. Nur ist das Dobe noch dabei gewesen, dass... Lol, was war das denn Fail? Der hat's echt knapp über... Der hat's nicht knapp überlebt. Ey, ich weiß nicht, wovon die Lecks gerade kommen. Die ganze Zeit. Was sag ich denn gerade? Die ganze Zeit sind die schon hier. 100 Gold, dann kann ich mir einen großen, unnötigen Zauberstab kaufen, oder wie auch immer der heißt. Super, Alter, jetzt reagieren die Fähigkeiten nicht mehr. Super, Alter, jetzt reagieren die Fähigkeiten nicht mehr. Das ist echt schon Blue Screen verdächtig, wie das hier rumruckelt. Oh mein Gott. Okay, das war ein... Fehler dahin zu springen. Aber ganz knapp. Geh weg. Geh echt weg. Auf Annie! Israel hat so knapp überlebt. Naja, die werden in dem rechten Gebüsch dastehen. Hey, diese Lecks kacken mich gerade so an. Ja, Alter, nee. Was hat er denn jetzt bitteschön gemacht? Wie lange braucht denn er, um hier rumzulaufen? Oh, hier und hier ist gerade so ein... Lol. Ja, Alter, die hat 1000, keine Ahnung, 1500, 1600 Schalen gemacht. Wer will den bitte schon aufgeben? Nein. Hier wird nichts aufgegeben. Nocturne, kein Manor. Roffel, Alter. 800 Damage. Ich glaube, es hackt. Oh nein. Oh, ja, nice. Oh, so nice. Die haben ja gar nichts hier, kann aber sein. Die haben ja gar nichts hier, kann aber sein. Jetzt schon. Kein Fall Dragon machen, ich würde mal sagen, durchpushen. Er wird ja eh schon weg sein. Die Ping'n... Ey, das ist sinnlose Zeitverschwendung jetzt gewesen. So sinnlos. Wir hätten den nächsten Tower noch zerstören können, aber nee. Die Hutten, die den Drachen machen wollen, der sowieso schon lange weg ist, was so klar war. Ey, das war so eine gute Chance, aber nee. Das war so eine gute Chance. Das war so eine gute Chance. Ich hab das Ding wieder vergessen, was verlangsamt pro Angriff. Ja, Frosthammer. Ja, super. Das war mal wieder richtig fail. Ja, wenn die Crips nicht gewinnen, dann hätte ich gerne einen Sperring geworfen. Ich bin jetzt relativ Latte eigentlich, ich greife den Tower jetzt an. Okay, back. Wenn Andy da ist, haben wir eh keine Chance mehr. Das habe ich ja gesagt. Ja, ist klar, Alter. Hallo. Oh, Mann. Ich hab keinen Bock mehr bei so viel Dummheit. Ja. Ich hab keinen Bock mehr bei so viel Dummheit. Ich hab keinen Bock mehr bei so viel Dummheit. Vielen Dank.